Und er hat sehr, sehr viel über die Revolution nachgedacht und das war für ihn auch, er ist nicht gleichgültig darüber hinweggegangen. Er hat sich auch verunsichern lassen natürlich dadurch. Vor allem, da er selber ja so ein schöpferischer Geist war, hatte er schon auch manchmal die Anwandlung, ja ist das in der Geschichte jetzt nicht auch ein gewissermaßen ein vulkanisches Geschehen, wo jetzt etwas Neues geboren wird. Also er wollte nicht der Spießer sein gegenüber diesen gigantomachischen Ereignissen, wo die Zeiten brechen. Nein, nein, er wollte nicht als kleiner Spießer da erscheinen, aber er wollte auch sagen, meine Welt ist es nicht. Ich halte an den alten Grundsätzen fest, die allerdings reformiert werden müssen, die angepasst werden müssen. Er war ein Reform-Aristokrat, könnte man sagen, bürgerlichen Geschlechts. Jetzt könnte man ja sich mal spielerisch vorstellen, Goethe würde heute leben. Wie würde er sich durchs Leben, dieser Mensch sich durchs Leben bewegen? Haben Sie sich das schon mal überlegt, wie Goethe heute mit der Zeit zurecht käme? Naja, wenn er heute, ja eben, man hat wirklich die Schwierigkeit, man kann es sich kaum vorstellen, so eine Figur, er würde es irgendwie schaffen, sich Raum zu schaffen. Goethe hat so viel Raum um sich herum und den haben wir eigentlich jetzt in so einer vernetzten Situation, wie wir jetzt sind, so eine Situation haben wir gar nicht. Ich dachte mal, ja, dann würde er ja vielleicht, wenn er einfach in Sizilien damals geblieben wäre, was er so sehr geliebt hätte, dann würde er vielleicht in Sizilien in irgendeiner pittoresken Landschaft da sitzen und bei seinen Steinen und bei seinen wunderbaren Pflanzen sich aufhalten. Und er wäre so ein Weltwunder, zu dem man, zu dem Touristikunternehmen hinzufahren, um mal zu sehen, was so ein Unikum ist. Ich will damit nur sagen, ich kann ihn mir wirklich nicht in der Gegenwart vorstellen. Aber ist er nicht auf eine Art auch fast wieder archetypisch für die heutige Zeit und eher atypisch für seine Zeit, wenn Sie ihn so beschreiben, eben sehr stark auch ich bezogen, auch selbstverliebt, auch bis zu einem gewissen Grade rücksichtslos, was ich sage, jetzt die persönliche Karriere angeht, in Anführungs- und Schlusszeichen. Das ist doch der Hedonismus der heutigen Zeit oder ein Teil des Hedonismus der heutigen Zeit. Und diese starke Individualisierung auch. Man macht, was einem selber was bringt und klammert eher das rundherum bis zu einem gewissen Grade aus. Naja, aber man macht, was einem etwas bringt. Das haben wir vorher unter diesem Begriff des, was einen fördert. Und was einen fördert, ist eben bei Goethe nicht einfach nur, was einem gefällt, was einem was bequem ist oder was in diesem Sinne hedonistisch ist. Nein, dazu war Goethe einfach zu sehr auf seine Aufgaben, etwas zu machen. Etwas zu machen, was dann auch vor aller Augen steht. Ja, der wollte nicht im Privaten irgendetwas wegkonsumieren und weggenießen, sondern er wollte schon immer, es sollte irgendetwas dastehen. Aber Goethe hat überlebt wegen seinem Oeuvre, wegen seinem Schriftstellerleben und nicht wegen der Reform des Bergbaus, nicht? So ist es. Also er hat eigentlich bei diesen Tätigkeiten, die er auch noch ausgibt, nicht wahnsinnig tiefe Spuren hinterlassen. Ja, ja. Und das hat ihn ja auch, wie soll man sagen, also da musste er selber, das war sehr gewöhnungsbedürftig für ihn. Er hat auch mal gesagt, es ist ja so, wenn ich jetzt, sei es als Naturforscher, dann mache ich da meine Farbenlehre und so weiter. Als Dramatiker mache ich meine Stücke und so. Und jetzt bei diesen Tätigkeiten, die zerrinnen mir so in der Hand. Und ja, dann ist ja, und er sagte, und so analysiert er sich selber in seinen Amtstätigkeiten, das fehlt mir, sagt er, dieses werkhaft-ergebnishafte, dass man wirklich, wenn doch dann wenigstens auch die Straßen nach Weimar, auch alle wirklich, wollte er ja, dass die alle schön wiederhergestellt werden. Und dass man sagen kann, so, endlich liegt Weimar nicht, die heimliche Hauptstadt der Kultur liegt, endlich nicht verkehrstechnisch im toten Winkel, sondern so, wenn doch so etwas zustande käme, das wäre doch wirklich toll. Und dass sowas in diesen Tätigkeiten so kaum oder wenig möglich ist, das war für ihn immer ein Problem. Und trotzdem hat er es gemacht. Also er ist irgendwo auch ein bisschen an der Realität dann gescheitert? Ja, an der Struktur dieser, natürlich, ja. Wir müssen, man sagt, er als Verwaltungsmensch, als Minister in Weimar, da hat er sich ja keine bleibenden Spuren hinterlassen. Aber, wenn wir mal vom Theater und so davon mal absehen, ja. Aber er hatte auch auf dem politischen Feld sehr fruchtbare Ideen, die leider nicht so ganz zum Zuge kamen. Nicht, dass er sich also zum Beispiel damals vorstellte, Weimar, das Herzogtum wird zerrieben von den großen Blöcken, Preußen hier und Habsburg dort. Und man muss eigentlich jetzt einen Fürstenbund der mittelgroßen und kleinen Staaten bilden. Das war so seine politische Idee. An der hat er dann auch sehr intensiv so herumgedacht und Gutachten geschrieben und so weiter. Aber es kam dann auch nicht richtig dazu, ja. Das ist eben, dann sagt er manchmal, ja, das ist, was ist das? Das ist der Dünen-Schutt, der Dünen-Schutt, sagt der Dünen-Schutt der Geschichte, ja. Du deckt das alles wieder zu. Und trotzdem, sagt er, dann müssen wir die Aufgabe anpacken. Herr Safransky, Sie haben sechs Jahre an diesem Buch gearbeitet. Das ist beinahe ein Zehntel oder ein Elfter Ihrer Lebenszeit. Haben Sie Goethe gewidmet? Wenn man sich auf so etwas einlässt, muss man sich, das muss wohl überlegt sein. Haben Sie sich je die Frage gestellt, halte ich es mit diesem Goethe sechs Jahre aus? Naja, das ist wohl wahr. Das muss man sehr gut überlegen, weil es eigene Lebenszeit ist. Und ich will Ihnen sagen, es ist ja, wenn ich insgesamt rechne, Goethe und dann die Geschichte Goethe-Schiller, die Freundschaft, und dann Schiller, da war ich dann auch schon in dieser Zeit, und mit der Romantik war ich da auch so drin. Insgesamt ist es eine erhebliche Zeit meines Lebens. Die ich dort verbracht habe. Und ich habe dann auch manchmal so das Gefühl, dass ich die Leute dort irgendwie besser kenne als manche Lebenden. Und ich überlege mir dann auch, hat es sich gelohnt? Und ich muss Ihnen sagen, es hat sich gelohnt. Das Leben, für mich ist mein Leben, durch die Berührung mit dieser ganzen Welt und Sphäre ist reicher geworden. Und ich meine, das müssen wir uns ja auch mal klar machen, Gottlob ist unser Geist so, dass wir wirklich geräumiger sind, als nur das, was wir jetzt gerade ausfüllen. Und wie wunderbar es ist, dass wir teilhaben können an so einer Welt um 1800. Und jetzt, man kann nicht so direkt sagen, ja, aber was ziehst du für dich selbst rüber? So läuft das meistens auch nicht. Sondern man ist, man bekommt Raum. Und man nimmt Teil an einer Lebendigkeit, die hat auch was Beglückendes. Die hat auch was Beglückendes. Und so sage ich auch immer, wenn ich gefragt werde, ja, was du mit deinen Büchern da über die Geschichte und so weiter, sage ich immer, naja, ich will doch eigentlich nichts weiter, als den Raum nach hinten aufmachen. Nicht nur nach vorne, sondern die Zukunft. Das ist alles sehr, wissen wir ja so, aber auch unsere Vergangenheit aufmachen. Und als ich mich anfing mit dieser Zeit um 1800, das war ja eigentlich auch mit meinem ersten Buch mit E.T. Hoffmann, ging es mir schon auch darum, wir haben ja in Deutschland nun wirklich das Problem durch den furchtbaren Nationalsozialismus, dass wir zeitweilig die ganze Tradition gewissermaßen immer so abgeklopft haben, führte der Weg zu Hitler oder nicht oder wie. Also dass das immer die große Wegscheide ist. Und wie eine Feuerwand steht diese Geschichte zwischen 1933 und 1945 wie eine Feuerwand und wirkt und verdeckt diese ganze großartige Geschichte, die da sonst noch da ist. Oder man guckt diese Geschichte an wie so ein Staatsanwalt. Wo gibt es da auch, es gibt ja auch Bücher über, wie Hitler, wie Goethe, die Goethe-Begeisterung zum unpolitischen Menschen geführt hat und dann schließlich zu Hitler. Sowas gibt es ja auch. Und auf diese Weise gräbt man sich eine lebendige Tradition ab. Und ich wollte durch diese Feuerwand durch. Ich wollte sagen, jede Generation muss das wieder Anschluss bekommen an das, was lebendig und wunderbar ist an der Kultur. So.